Hallo und herzlich willkommen beim 48. netzpolitischen Abend in Wien. Mein Name ist Thomas Lohninger von der Grundrechts-NGO Epicenter Works. Ich habe diesen Vortrag zum ersten Mal am 10. September 2020 gehalten. Nur war das Videotool oder meine Internetverbindung nicht stabil genug, sodass die Recording schlecht ist und deswegen habe ich den Vortrag jetzt nochmal neu eingesprochen. Das Thema des Vortrags ist die Analyse des Hass-im-Netz-Paketes, das die Regierung vor kurzem vorgestellt hat, insbesondere dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Kommunikationsplattformengesetz, das da drinnen ist. Also es geht um ein spannendes netzpolitisches Thema. Zuerst sollte ich klarstellen, dass in diesem Hass-im-Netz-Paket, was Justizministerin Sadic, Europaministerin Karoline Edstadler da vorgestellt haben, drei Teile beinhaltet. Es gibt eine Strafrechtsreform, von der hat man vielleicht schon mal gehört, weil zum Beispiel Upskirting verboten wird, also Frauen in den Rock zu fotografieren wird da verboten und einige andere strafrechtliche Änderungen bringt das auch mit sich. Es gibt eine Zivilrechtsreform, die wir uns auch angeschaut haben, wozu wir an anderer Stelle noch etwas sagen werden. Und dann gibt es dieses Kommunikationsplattformengesetz, um das es heute in diesem Vortrag gehen wird. Dieses Gesetz ist sehr nah an dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das in Deutschland 2017 verabschiedet wurde. Und das war recht bahnbrechend, weil es war das erste Mal, der Versuch von einem Staat, die Dinge, die bei ihm legal oder illegal sind, auch wirklich als Verantwortung konkret für die Plattform vorzuschreiben, abseits von Haftungsfragen. Und wenn wir uns aber anschauen, dieses Kommunikationsplattformengesetz, wo haben wir das zum ersten Mal gesehen? Naja, die derzeitige türkisch-grüne Bundesregierung hat sich ja ein Regierungsprogramm gegeben und wir haben das innerhalb kürzester Zeit analysiert, aus netzpolitischer Sicht und haben eben alles in Ampelfarben schön kodiert. Und dort gibt es auch im Medienkapitel diesen Passus, große Plattformen, Löschung von rechtswidrigen Inhalten, wirksame Beschwerdeverfahren, klar definierte Verantwortliche. Das Gesetz, das vorgestellt wurde, ist die Umsetzung von diesem Punkt im Regierungsprogramm. Und da ist auch ganz wichtig hervorzuheben, große Plattformen ist, womit dieser Punkt beginnt. Das müssen wir uns merken, weil das wird ein Thema in dem restlichen Vortrag sein. Nachdem dieses Regierungsprogramm beschlossen wurde, ich glaube Dezember war es, und dann im Jänner wurde die Regierung angelobt und ziemlich bald danach, im Februar, hat der Medienverantwortliche der Bundesregierung, Gerhard Freischmann, einen Besuch nach Deutschland gemacht. Und wie er dann zurückgekommen ist, hat er gleich verlautbart, ja in Österreich brauchen wir jetzt auch so ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also sprich, der Herr Fleischmann ist da nach vorne geprescht und hat gesagt, ja, wir wollen dieses umstrittene Gesetz in Deutschland nach Österreich bringen. Das war am 18. Februar. Am 19. Februar gab es dann schon das Dementi von dem grünen Regierungspartner, von Club-Opfor-Sigi Maurer, genauso wie Netzpolitik-Sprecher Süleyman Sorba, die den beiden eine Absage erteilt haben. Dann war Corona und lange ist nichts passiert. Im Hintergrund hat man aber gearbeitet und im Juni gab es dann die ersten konkreten Ankündigungen von diesem Hass im Netzpaket mit einer Pressekonferenz, die wir auch analysiert haben und eben auch schon Einordnungen gegeben haben, erste Forderungen aufgestellt haben. Ja, also da hat sozusagen, glaube ich, auch die Arbeit logistisch dann wirklich begonnen oder ist in die heiße Phase gekommen und über den Sommer wurde dann eben weiter daran gearbeitet von vielen Seiten und wir haben uns auch mit einem offenen Brief zum geplanten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie es damals noch hieß, geäußert, ein offener Brief gemeinsam mit der Wikipedia, also mit der Wikimedia Österreich, dem Verein, der die Wikipedia in Österreich fördert und wo sich auch alle Wikipedianer treffen. Und in diesem offenen Brief haben wir eigentlich auch schon hinterwiesen darauf, dass es eben Probleme bei diesem Gesetz geben kann, wenn man keinen ausreichenden Schutz für kleine Plattformen drin vorsieht. Man will zwar die Großen regulieren, aber oft trifft es dann die Kleinen. Und in dem Brief haben wir auch schon gesagt, Zitat, wir entnehmen den Medienberichten, dass Online-Enzyklopädien von dem Gesetz ausgenommen sein sollen. Die Wikimedia Foundation betreibt jedoch auch nicht-enzyklopädianische Projekte. Haben wir sozusagen damals schon on the record gesagt, ist auch wieder was, das wichtig sein wird, wenn wir uns dann das fertige Gesetz anschauen. Wirklich den Entwurf auf dem Tisch gehabt hatten wir dann offiziell im Mittwoch letzte Woche und eine erste Analyse haben wir gleich am Abend noch veröffentlicht, was auch sehr gut war, weil viele der Argumente, die wir da gesetzt haben, wurden dann auch eins zu eins von Journalistinnen bei der Pressekonferenz der Ministerinnen dort auch gleich gestellt. Und die große Frage ist einfach der Scope. Es heißt zwar von dem ersten Punkt im Regierungsübereinkommen bis zu der Pressekonferenz, wo das Gesetz vorgestellt wurde, wir meinen eh nur die Großen. Wir wollen eh nur Google und Facebook regulieren, also Multimilliardenkonzerne, die weltweit tätig sind. In dem Gesetz schaut es dann aber ganz anders aus. Ganz grundsätzlich, jede Plattform, deren Hauptzweck der Austausch von Nachrichten ist, egal ob Text, Bild, Ton oder Video, solange dieser Austausch zwischen einem größeren Personenkreis passiert, fällt diese Plattform dann drunter. Das ist eine extrem breite Definition. Dann haben wir Safeguards von 100.000 registrierten Nutzern im letzten Quartal. Wohlgemerkt, das müssen keine aktiven Nutzer sein, da reicht irgendeine Karteileiche. Oder 500.000 Umsatz im letzten Jahr, beides aus Österreich gerechnet. Also 100.000 User aus Österreich, 500.000 Umsatz aus Österreich. Bei den Usern kann man sich schon fragen, woher weiß man, ob der aus Österreich kommt oder nicht. Oft ist es so, dass man Land eben nicht genau erhebt. Auch eine Bestimmung der Herkunft eines Users aufgrund der IP-Adresse ist fehlerbehaftet. Und insofern, das ist durchaus eine kritische Frage, wie man überhaupt bestimmen kann, ob jemand aus Österreich ist oder nicht aus Plattformen, wenn man es nicht explizit abfragt. Und diese extrem breite Definition, Austausch von Nachrichten im größeren Personenkreis, da gibt es dann sehr spezifische Ausnahmen für Medien. Also man denke an Standard oder Kurier, die Foren dieser Tageszeitungen. Dann E-Commerce-Plattformen, sowas wie Geizheiß, sowas wie Amazon. Oder auch MyHammer. Überall da, wo Leute Dienstleistungen oder Güter übers Internet miteinander austauschen. Und dann nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien. Also auch wieder, man denke hier an die Wikipedia. Was hier übersehen wird, ist, die Wikimedia Foundation betreibt auch Wikidata, Wikicommons, so gut wie jede Zahl, die ihr in der Wikipedia seht oder an anderen Projekten. Und jedes Bild, das von Hobbyfotografen da hochgeladen wird oder von anderen wieder runtergeladen wird oder vielleicht auch mal einen enzyklopädianischen Artikel bebildert, all diese anderen Dienste der Wikimedia Foundation fallen weiterhin unter dieses Gesetz. Weil die Wikimedia natürlich diese Umsatzgrenze an Spenden längst nimmt und wahrscheinlich eben auch die 100.000 User übersteigt. Die Logik hier, da ist es sinnvoll, mal kurz Pause zu machen. Wir haben wieder mal eine extrem breite Definition und dann sehr spezifische Ausnahmen. Das kennen wir schon von der Debatte über die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Auch eine extrem breite Definition und dann sehr spezifische Ausnahmen. Und jede dieser Ausnahmen lässt sich dadurch erklären, dass diese Firmen an Lobbyisten rechtzeitig ins Bundeskanzleramt geschickt haben und dort für ihre Interessen vorstellig wurden. Das ist natürlich super gefährlich für eine Innovationsfähigkeit des Internets, weil einfach alles, was Nachrichten austauscht, mal unter dieses Gesetz fällt, auch wenn ganz viele dieser Plattformen überhaupt nicht den Zweck haben oder die überhaupt kein Beleg dafür besteht, dass Hass im Netz auf diesen Plattformen ein Problem ist. Gerade die Wikipedia, die mit ihrer Community ja die Inhaltsmoderation macht, kann solche rechtlichen Vorgaben gar nicht erfüllen und ist aber durch dieses Gesetz in ihrem Operieren wirklich auch bedroht. Reddit genauso und im Grunde all die Beispiele von positiver Inhaltsmoderation werden eigentlich gefährdet durch das Gesetz, wie es jetzt vorliegt. Ich mache das vielleicht nochmal konkret. Also von dem österreichischen NetzDG, KoppelG ist mehr oder weniger jedes Forum betroffen, das lang genug existiert. Alles, was in den 90er Jahren eine registrierte Hier-Funktion hatte, ist wahrscheinlich von dem Gesetz betroffen. Ganz unabhängig davon, ob die jemals Umsatz gemacht haben. Chats von Online-Spielen könnten von diesem Gesetz betroffen sein, weil auch da Nachrichten ausgetauscht werden. GitHub und andere Plattformen, wo Source-Code ausgetauscht wird. E-Learning-Plattformen, ganz ein wichtiger Bestandteil des Internets für viele Menschen heutzutage. Ohne E-Learning-Plattformen ist Unterricht gerade in Corona-Zeiten nicht möglich und denen wird auch ein Stein vor die Schülse gelegt mit diesem Gesetz. Und wenn man diese Plattform kommerziell betreibt, kann das durchaus auch ein Anreiz sein, wirklich auch Kommentarfunktionen abzuschalten, den Unterricht einzuschränken. Und auch dann ist die Frage, ob das überhaupt ausreicht, weil die Definition halt so unheimlich breit ist. Wiki Commons, Wikidata habe ich schon genannt. Auch Nachbarschafts-Plattformen, wie Fragen nebenan, könnten betroffen sein, wenn die die Zahlen überschreiten. Video-Sharing-Plattformen und Messenger mit großen öffentlichen Gruppen, wie zum Beispiel Telegram oder WhatsApp-Gruppen, könnten genauso auch von diesem Gesetz betroffen sein. Das ist jetzt nur ein Teil der Beispiele, die uns in Epicenter Works eingefallen ist. Wir rufen auf zu einem Brainstorming, wenn ihr andere Plattformen kennt, die Nachrichten austauschen in irgendeiner Form beim größeren Personenkreis und die vielleicht über die 100.000 User oder die 500.000 Umsatz drüber gekommen sind schon mal, dann würden wir sehr gerne mit diesen Plattformen reden. Wir sind gerade dabei zu organisieren, sodass die Stimmen auch wirklich in der Konsultation gehört werden. Wir wollen unbedingt Umsatzschranken haben. Mit der Wikipedia gemeinsam haben wir auch gefordert, dass es 750 Millionen Euro Umsatzschranke gibt. Also das ist ein Beispiel einer Umsatzgrenze aus der Digitalsteuer von der türkis-blauen Bundesregierung. Und mit dieser Schranke erreicht man einfach, dass die allermeisten kleinen Plattformen, die auch wirklich nicht das Problem mit Hass im Netz haben, von diesem Gesetz ausgenommen sind. Und nun kommen wir zum Ablauf einer Beschwerde oder zu dem, was das Gesetz eigentlich sonst noch so vorschreibt. Also eine Plattform, die darunter fällt, muss man prinzipiell die Möglichkeit schaffen, dass man einen Inhalt als potenziell illegal meldet. Illegal aufgrund der 15 Tatbestände nach österreichischem Recht, die von diesem Gesetz betroffen sind. Darunter zählen Verhetzung, Herabwürdigung religiöser Symbole, Nötigung, Stalking und einige andere Delikte. Wenn da was gemeldet wird, dann muss die Plattform das prüfen und zwar unverzüglich. Also man darf nicht warten. Und es gibt zwei Fristen, eben bei offensichtlichen Fällen 24 Stunden. Nach Meldung muss schon eine Entscheidung getroffen werden. Und bei nicht ganz so offensichtlichen Fällen hat die Plattform sieben Tage Zeit. Man merke, Gerichte lassen sich bei diesen Fragen gerne mal Wochen und Monate Zeit, bis sie zu einem Urteil kommen. Und die hören auch Leute ansichten Beweise. Die Plattform hat nur die Meldung und den Inhalt, wie er erschienen ist und muss unverzüglich in maximal 24 Stunden oder sieben Tagen entscheiden. Eine positive Sache ist, dass man sich beschweren kann gegen die Entscheidung der Plattform. Und zwar, wenn ein Tickdown passiert, also was gelöscht wird, kann der Poster sich beschweren. Wenn was nicht gelöscht wird, kann die Person, die es gemeldet hat, sich beschweren. Die erste Instanz einer solchen Beschwerde passiert bei der Plattform selbst. Da gibt es ein Zeitlimit von zwei Wochen, innerhalb dessen die Plattform entscheiden muss. Wenn das nicht fruchtet, kann man in einem zweiten Schritt auch zur Schlichtungsstelle der RTR gehen. Diese Schlichtungsstelle kennt man vielleicht, wenn man sich schon mal beschwert hat, weil das Internet zu Hause unter den vertraglich garantierten Bandbreiten war oder der Internet-Ombudsmann ist auch sehr ähnlich aufgestellt wie diese Schlichtungsstelle. Wir werden sehen, ob die da auch wirklich in der Sache gut entscheiden. Und unser Hauptkritikpunkt ist, es gibt hier keinen dritten Schritt. Es gibt keine richterliche Kontrolle. Und genau das sehen wir als problematisch an, weil eine richterliche Kontrolle unserer Meinung nach absolut unumgänglich ist in einem Rechtsstaat, um einfach sicherzustellen, ob etwas jetzt wirklich illegal war oder nicht. Trotzdem hat die Schlichtungsstelle der RTR das letzte Wort. Transparenz. Da gibt es wirklich einige positive Punkte in dem Gesetz. Also es ist einfach, Inhalte zu melden. Also da gibt es auch Vorgaben für die Ausgestaltung des User Interfaces. Das ist sehr gut. Wir kriegen Statistiken darüber, was mit Meldungen und was mit den Entscheidungen passiert ist, auch wie viele es davon gibt. Und eben auch Transparenzberichte, die uns über die Organisationsstruktur des Meldewesens und des Moderationswesens in der Plattform Ausschluss geben. Über die Benutzerfreundlichkeit des Meldeverfahrens und über die personelle und technische Ausstattung. Das ist wichtig, weil im Moment hat viel der Inhaltsmoderation in Niedriglohnländern passiert und auch eben nicht von juristisch ausgebildeten Menschen, weil auf technische Systeme zum Einsatz kommen, die sehr starke Biases haben. Insofern ist es wichtig, dass man sich diesem Thema mal näher widmet. Und zuletzt auch Statistiken über Meldungen, Entscheidungen, Zeitrahmen und Überprüfungsverfahren. Also auch ganz viel über die Frage, wie lange jetzt wirklich eine Prüfung gedauert hat, wie viele Meldungen reingegangen sind, wie in diesem Fahren entschieden wurde und eben auch wie viele dieser Entscheidungen beanstandet wurden in der ersten Instanz. Ja, das Gesetz ist für Google und Facebook. Diese zwei Unternehmen sind berühmt dafür, sich nicht sonderlich um unser Recht zu scheren, siehe Datenschutz. Deswegen stellt sich die Frage, was tut man denn, um dem Ganzen auch Gewicht zu verleihen? Einerseits gibt es einen Automatismus. Bei fünf Verfahren bei der RTR Schlechtungsstelle in einem Monat muss die ComAustria ein Prüfverfahren einleiten. So ein Prüfverfahren kann dazu führen, dass die Behörde sagt, hier per Bescheid deine Verbesserungsvorschläge, du musst sozusagen jetzt irgendwas anders machen. Ich frage mich sehr stark, woher die ComAustria wissen will, was die Plattform besser machen kann. Inhaltsmoderation ist ein extrem schwieriges Feld. Die ComAustria hat keine göttliche Weisheit, aufgrund derer sie jetzt das prinzipiell mal besser machen könnte, als die Plattform selbst. Und noch einmal, hier wird entschieden, dass die Plattform etwas ändern muss an ihrem Moderationswesen, ohne dass jemals ein Richter oder eine Richterin entschieden hat, ob dieser Inhalt eigentlich wirklich illegal war oder nicht. Und wenn man so einem Bescheid nicht nachkommt oder es einen zweiten gibt, kann es bis zu 10 Millionen Strafe für die Plattform hageln. Mein absoluter Liebling bei diesem Gesetz ist aber der verantwortliche Beauftragte. Hier haben wir ein Symbolbild, wer den Job wirklich machen wird. Ich freue mich darauf, diese Menschen kennenzulernen. Also Plattformen, die unter dieses Gesetz fallen, müssen eine Person vorhalten, die in Österreich oder in einigen anderen EU-Ländern sitzen kann. Ich glaube, Irland ist nicht darunter. Und diese Person muss der Behörde, Zitat, jederzeit erreichbar sein. Also das heißt, wenn die Person da um drei Uhr in der Früh nicht abhebt, dann ist das schon ein Verstoß. Und das Lustige ist, man könnte jetzt denken, okay, das lagert man irgendeiner Anwaltskanzlei aus. Ich glaube, dass das nicht so einfach möglich ist, weil dieser verantwortliche Beauftragte, diese verantwortliche Beauftragte Anordnungsbefugnis innerhalb der Organisation haben muss. Das heißt, die müssen dort auch irgendwie ein bisschen tonergebend sein. Und das ist eine externe Anwaltskanzlei, tendenziell eher nicht. Diese Person, wer sich da findet, ist insofern auch spannend, weil es bis zu 10.000 Euro Strafe für diese Person, wohlgemerkt nicht das Unternehmen, geben kann, wenn man eben nicht jederzeit erreichbar ist und bis zu 50.000 Euro Strafe bei einem Sorgfaltsversäumnis. Also ja, das wird spannend, wer diesen Job dann macht. Zusammenfassend, es gibt positive Dinge bei diesem Gesetz. Ich finde die Transparenz und die prozeduralen Absicherungen wirklich positiv gelungen in dem Entwurf. Wir sehen einige negative Punkte beim fehlenden Schutz der kleinen Plattformen. Hier hat man wirklich geschlampert. Ich finde, so wie das jetzt hier liegt, kann das auf gar keinen Fall beschlossen werden. Das wäre ein Massensterben von europäischen und österreichischen Plattformen. Ich glaube auch nicht, dass das Gesetz von der EU-Kommission so durchgelassen wird, weil es da wirklich jede Art von Schutzvorkehrung fehlt. Die richterliche Kontrolle ist überhaupt nicht vorgesehen. Ja, man kann als Plattform gegen den Bescheid der Comaustria klagen, aber als Person, die sich über eine inhaltliche Fehleinschätzung der Schlichtungsstelle aufregen will, habe ich keine Möglichkeit, zu Gericht zu gehen. Und prinzipiell kritisieren wir auch diese starren Löschfristen. Wieso soll eine Plattform etwas entscheiden können, schneller entscheiden können, als das die Gerichte können. Ja, dieses Gesetz ist bis zum 15. Oktober 2020 noch in Konsultation. Man kann sich bei der Begutachtung über die Parlamentswebseite beteiligen. Die Stillhalteperiode auf TIU-Ebene hält noch drei Monate lang. Also, das wird bis Dezember gehen und die Debatte wird weitergehen. Sie wird, glaube ich, auch noch intensiver werden. Alle Menschen, die hier eine Meinung haben, sollten diese noch rechtzeitig äußern. Wir bei Epicenter Works sind immer dankbar für Mithilfe, für Spenden, für Tipps und Tricks und Hilfestellungen. und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen netzpolitischen Abend. einen schönen eine Invest solidate , Ich weiß, Ich weiß, Vielen Dank.